Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode Götz-Werner, letzte Woche in der Wirtschaft. Mein Name ist Uwe Gernhardt und wir beschäftigen uns heute mit einem der großen deutschen Unternehmer. Götz-Werner ist letzte Woche am 5. Februar 75 Jahre alt geworden. Für mich die willkommene Gelegenheit, sich mit diesem besonderen Menschen auseinanderzusetzen. Aber bevor ich auf ihn komme, warum beschäftige ich mich hier im Podcast überhaupt mit einem Unternehmer? Hintergrund ist, grundsätzlich könnte man ja glauben, Wirtschaft ist statisch. Es gibt Verkäufer und Käufer, es gibt Kunden, es gibt Unternehmen, es gibt den Staat und letztendlich bleibt doch alles relativ gleich. Dass sich das Wirtschaftssystem verändert, liegt zu großen Teilen an der Figur des Unternehmers, der neue Kombinationen durchsetzt. Das bedeutet, der Unternehmer entwickelt neue Produkte, er führt neue Verfahren ein, er erschließt Absatzmärkte, die vorher unbekannt waren, er findet neue Bezugsquellen von Rohstoffen oder Halbfabrikaten, also Vorprodukten, er organisiert Märkte neu, er erschafft Monopole oder durchbricht sie, je nachdem, was für ihn nützlicher ist. Kurz gesagt, der Unternehmer nutzt Gelegenheiten, versucht wirtschaftlich erfolgreich zu sein und verändert dadurch die Wirtschaftsstruktur. Der Unternehmer ist selten Erfinder des Neuen. Denken wir an Robert Bosch. Robert Bosch hat einen eigenen Technologiekonzern gegründet. Dabei hat er keine einzige Erfindung selbst gemacht. Er hat Erfindungen genutzt und sie wirtschaftlich verwertet. Ein wenig historisches. 1973, Götz Werner gründet den ersten eigenen Drogeriemarkt. Wie kam es eigentlich dazu? Immerhin war Götz Werners Vater ja selbst Drogerist gewesen. Und ursprünglich sollte Götz Werner einfach die Drogerie seines Vaters übernehmen. Damals waren Drogerien ganz anders als heute. Man bekam die einzelnen Artikel aus großen Schalen. Sie wurden individuell abgewogen. Das Geschäftsmodell stammte aus einer anderen Zeit. Götz Werner verfolgte die Idee, Standardprodukte zu verkaufen. Den Drogeriemarkt so aufzubauen, wie wir ihn auch heute kennen. Nach seiner Ausbildung als Kaufmann fing er bei seinem Vater an. Und stellte schnell fest, dass das Geschäft seines Vaters nicht mehr funktionieren konnte. Dies teilte er ihm auch unumwunden mit und sagte, sein Vater würde insolvent gehen. Sein Vater sah das nicht so und setzte Götz Werner auf die Straße. Götz Werner war damit der verstoßene Sohn und zunächst sah es so aus, als wäre seine Karriere damit beendet. Werner hatte dann verschiedene Stationen bei verschiedenen Arbeitgebern, wo er immer wieder versuchte, sein Konzept der neuen Drogerie an den Mann zu bringen. Alle seine Arbeitgeber hatten aber individuell verständliche Gründe, das Konzept nicht umzusetzen. 1973 kam dann die Gelegenheit, die eigene Drogerie zu gründen. Hintergrund war, vor 1973 gab es die Preisbindung. Das bedeutet, der Hersteller kann dem Händler vorschreiben, zu welchem Preis er die Produkte verkaufen muss. Am 01.01.1974 wurde diese Preisbindung endgültig in Deutschland aufgehoben. Ende 1973 zeichnete sich schon ab, dass dies passieren würde. Darauf setzte Werner. Er nutzte die Gelegenheit und gründete seinen eigenen Drogeriemarkt. Im Laufe der Jahre haben sich die DM-Drogeriemärkte in ganz Deutschland, in Österreich und später in Europa ausgebreitet. Heute ist DM der größte Drogeriekonzern in Europa. Den Unternehmer Götz Werner finde ich deswegen so bemerkenswert, weil er unkonventionelle Methoden hat. So gibt er zum Beispiel Begriffen eine sehr große Bedeutung. Bei DM gibt es keine Personalkosten, nur Mitarbeitereinkommen. Götz Werner sieht die Mitarbeiter nicht als Kostenfaktor, sondern als Investition. Ein Zitat von ihm dazu. Die meisten Leute sagen, man müsse arbeiten, um ein Einkommen zu haben. Ich denke, man muss ein Einkommen haben, um arbeiten zu können. Was er damit meint ist, um wirklich gut an der Arbeit zu sein, muss man sich kulturell bilden, muss sich entwickeln. Und dazu braucht es einfach ein gewisses Einkommen. Ein weiteres Erlebnis, was ihm zeigte, wie wichtig Namen und Begriffe und Bezeichnungen sind, hatte er relativ früh. DM hatte damals schon einige Filialen und eines Tages ging er in eine dieser Filialen. Die erste Mitarbeiterin, die er dort traf, sprach er an. Er fragte sie, wie die Kunden die Filiale finden und hatte einige unspektakuläre Fragen an sie. Schon nach kurzer Zeit sagte sie ihm, sie könne seine Fragen nicht beantworten. Sie würde jetzt den Filialleiter rufen, denn sie sei nur eine geringfügig Beschäftigte. Götz Werner hat über diese Geschichte lange nachgedacht und seine Konsequenz daraus war, in Zukunft sollte die Arbeit unabhängig von der Lohnsteuertabelle sein. Denn jede Arbeit ist wichtig und zu respektieren. Und die Menschen, die Kontakt haben mit dem Kunden, müssen besonders im Fokus stehen und es muss ihnen gezeigt werden, dass ihre Arbeit wichtig ist. Er nennt dies das Unternehmen von außen nach innen denken, anstatt von oben nach unten in der Hierarchie. Deswegen gibt es bei DM auch keine Verwaltung, sondern nur rückwärtige Dienstleistungen. Götz Werner berichtet in seiner Autobiografie auch davon, wie er sich persönlich weiterentwickelt hat. Zu Anfang seines Unternehmerseins war es ihm sehr wichtig, immer Antworten parat zu haben. Er hat sich darüber gefreut, wenn seine Mitarbeiter ihn nach etwas gefragt haben, denn dann war er wichtig als Chef. Später hat er sich antrainiert, immer drei Gegenfragen parat zu haben, wenn er selbst nach etwas gefragt wird. Er hat festgestellt, dass die Angestellten dann vorher sich schon selbst Gedanken machen, anstatt den Werner zu fragen, denn dann müssen sie ja drei Fragen selbst beantworten. Ein weiteres Beispiel für den außergewöhnlichen Führungsstil von Götz Werner ist für mich eine Geschichte rund um die Lernlinge, so heißen die Auszubildenden bei DM. Eines Tages erhielt Götz Werner einen Anruf von einem der Auszubildenden von DM. Der junge Mann versuchte ihm am Telefon etwas zu erklären. Götz Werner verstand es einfach nicht. Der junge Mann konnte sich nicht gut ausdrücken. Erstmals finde ich bemerkenswert, dass der Geschäftsführer eines Drogeriemarktes überhaupt für einen Auszubildenden erreichbar ist. Zum anderen finde ich jetzt die Reaktion von Götz Werner ganz interessant. Als er merkte, dass der junge Mann sich nicht richtig ausdrücken konnte, obwohl er es wollte, ist er nicht in Wut geraten oder hat den jungen Mann abgewertet, sondern er hat daraus eine Konsequenz gezogen. Und die gilt bis heute. Jeder Lernling, jeder Auszubildende bei DM muss in seiner Ausbildung Theater spielen. Und dieses Theaterspielen dient dazu, Ausdrucksformen zu lernen, sodass man sich klar artikulieren kann. Auch geschäftlich hat Götz Werner Maßstäbe gesetzt. Bei DM gibt es keine Sonderpreise, keine Sonderangebote. Götz Werner ist der Meinung, der Kunde kauft Waschmittel und Zahnpasta, wenn er sie braucht. Und dann muss sie zu einem fairen Preis vorhanden sein. Auch die Gestaltung der Läden bei DM ist einen besonderen Blick wert. Jede Filiale darf in gewissem Maße selbstständig sich organisieren. Entsprechend ist jede DM-Filiale auch ein bisschen anders aufgebaut. Einige Gemeinsamkeiten gibt es aber doch. In den meisten Filialen gibt es zum Beispiel die individuellen Lichtstrahler an der Decke, die es ermöglichen, bestimmte Bereiche des Sortiments besonders auszuleuchten. Insgesamt macht die Einrichtung von DM immer einen wertigen Eindruck auf mich. Es gibt zum Beispiel auch oft eine Spielecke für Kinder. Ich habe das Gefühl, man kann sich in den Läden wohlfühlen. Während zum Beispiel die Filialen von Rossmann auf mich eher einen kargen Eindruck machen. Götz Werner setzt sich neben seinem unternehmerischen Engagement auch für das Grundeinkommen ein. Das Grundeinkommen bedeutet kurz gesagt, dass jeder ein Mindesteinkommen zum Leben bekommt, unabhängig davon, in welcher Situation er gerade ist. Bezüglich des Grundeinkommens wurde er mal gefragt, ob er nicht Angst hätte, dass, wenn es ein gutes Grundeinkommen gibt, kein Mitarbeiter mehr an der Kasse sitzt, weil alle eben so ein Einkommen bekommen und deswegen nicht mehr arbeiten müssen. Götz Werner hat darauf geantwortet, er würde sich sehr darüber freuen, denn dann wüsste er endlich, wer an der Kasse sitzt, weil er es gerne macht und wer an der Kasse sitzt, weil er es muss. 2008 Bis zu diesem Zeitpunkt war Götz Werner Geschäftsführer von DM Drogeriemarkt. Er entscheidet sich, in den Aufsichtsrat zu wechseln und die Geschäftsführung abzugeben. Dazu räumt er sein ganzes Büro aus. Er verlässt komplett die Zentrale von DM und das löst bei den Mitarbeitern, die schon lange dabei sind, Entsetzen aus. Eine Mitarbeiterin kommt auf ihn zu und sagt, Herr Werner, Sie können doch nicht Ihr Lebenswerk verlassen. Aber Götz Werner ist ein Mensch der Konsequenz. Er ist nicht mehr Geschäftsführer und entsprechend hat er auch kein Büro mehr in der Zentrale. Jetzt könnte man vielleicht denken, ja, dieser Gedanke ist selbstverständlich, aber wenn wir zum Beispiel an die Geschichte von Porsche in den 1990er Jahren vor der Ära Wiedeking denken, dann haben wir dort Ferry Porsche, der immer wieder reinregiert und dem Managern das Leben schwer macht. Das vermeidet Götz Werner. Er gibt den Staffelstab weiter und wendet sich neuen Aufgaben zu. Wenn ihr euch noch mehr für das Denken von Götz Werner interessiert, dann schaut in die Beschreibung dieser Episode. Dort habe ich einen Vortrag von ihm verlinkt. Die Treppe muss von oben gekehrt werden. Soviel zu Götz Werner. Ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Episode und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank.